WAHRE FREUNDE Trainer, gibt es eigentlich wahre Freunde? An was erkenne ich sie? Freunde, die wirklich Trost spenden können, ermuntern und Zuspruch geben, sind ein wertvolles Geschenk, das heutzutage selten gefunden werden kann. Während ihr euch in dieser flüchtigen und kurzlebigen Welt befindet, habt ihr ein schmerzendes Bedürfnis nach jemandem euresgleichen, mit dem ihr eure Gefühle teilen und besprechen könnt. Mit dem ihr eure Entdeckungen, Depressionen, Momente der Glückseligkeit und der Trauer mitteilen könnt. Jemand, der an eurer Seite sein kann, während ihr den steinigen Weg zur Wahrheit und zum Frieden erlangt, schreitet und gebt enthusiastisch Ansporn auf dem Weg zu eurem Ziel. Freundschaft muss zwei Herzen zusammenbinden und muss beide Seiten zum Vorteil dienen, egal was einem von ihnen geschieht, Verlust oder Gewinn, Schmerz oder Freude. Jeder der zwei Freunde muss den anderen korrigieren, denn sie wissen beide, dass das Band des Mitgefühls, des Verständnisses und der Liebe, das beide verbindet, diese Korrektur veranlasst. Jeder der beiden Freunde muss aufmerksam darauf achten, dass der andere nicht von seinen Idealen abweicht und Angewohnheiten, die schädlich sind, entwickelt oder schlechte Gedanken und Pläne ihn abrutschen lassen. Ihre Ehre liegt in der sicheren Verwahrung des anderen. Jeder vertraut dem anderen und setzt Vertrauen in die wachsame Liebe des anderen. Nur derjenige verdient den Namen Freund, der dabei hilft, das anderen Leben moralisch aufzurichten, Ideale auszusuchen und sie bis in die Tiefe reinzuhalten, erhabene Gefühle und Stärke zu entwickeln, um die Auflösungen von Idealen zu verhindern. Das ist deine Aufgabe. Helfe das Leben deines Freundes moralisch aufzurichten. Das ist deine Aufgabe.